Professor! Ricarda Lange! Der Schreck aller Talkshows! Wissen Sie denn überhaupt, was eine Verkäuferin bei Aldi verdient im Monat? Ich würde davon ausgehen, dass wir um die 2000 Euro umliegen. Da kann ich nur noch sagen, die hat nicht mehr alle Nadeln an der grünen Tanne. 1543 Euro. Ist das gerecht? Nein. Gerede, Gerede, Gerede! Schwätzen, Schwätzen, Schwätzen! Was machen wir dagegen? Haben Sie eine Idee? Thomas! Die CSU hat sich immer in erster Linie als Partei der Leberkäs-Etage und nicht... Thomas! ...etage verstanden. Deswegen werde ich auch hier alles tun, damit die Dinge wieder ins Lot geraten. Ricarda Lange! Die Regierung muss weg, meine Damen und Herren! Deutschland ist ein großartiges Land mit großartigen Menschen und es hat es nicht verdient, an letzter Stelle des wirtschaftlichen Wachstums zu stehen.